Ich drehe hier seit Stunden Hier schon meine Runden Fahre hier Um Parkplatz Achso Hier war mal wieder am Umdichten Ja Kann ich, warte mal Ich muss euch mal zeigen Habt ihr gesehen? Kriege ich jetzt 18 Millionen Euros Oder nicht? Ja, oder? Hallo, ich bin doch auch Schon etwas bekannt Da kriege ich doch jetzt 18 Millionen für, dass ich meine Schlappen Gezeigt hab Die Firma, wollt ihr wissen Hab ich, glaub ich, bei Waldi gekauft Ihren Namen sag ich nicht so korrekt Wisst ihr ja, von wegen Werbung mach ich nicht Ja, kriege ich keine Ich möchte 18 Millionen dafür haben Ja, wenn doch so Fußballspieler 18 Millionen kriegen Nur weil sie ihre Schuhe zeigen Dann kann ich doch auch 18 Millionen kriegen Weil ich meine Schlappen zeige Oder nicht? Ja, ich mein ja nur Von wegen Gerechtigkeit Ich bin ja so ein Gerechtigkeitsmensch Ist ja für manche schlimm Die kapieren das nicht Gerechtigkeit und Ehrlichkeit In der Weltgeschichte Mag auch kaum einer Weil Du kannst ja besser lügen Du kannst ja besser lügen Wie als wennste Als wennste Sachswut Die Wahrheit So nach dem Motto Boah nee Mäusken Dein Kleid heute Das passt jetzt aber nicht Nee Oh, das ist ganz gefährlich Ganz gefährlich Frauen haben ja Mindestens 38 verschiedene Varianten Wie man Aha Sagt So nach dem Motto Aha Da wird es gefährlich Ja, dieser Ton Ja, der Ton macht ja die Musik Ähm Da wird es gefährlich Wenn sie sagt Aha Ja, oh Ja Dann Lohnhöhungen bekommen Aha Ja, weißt du Ja, ne Also Wie gesagt Es gibt ganz viele Varianten Oh, Frauen Ja Ich will jetzt keine Frau Keine Mädels Frauen So möchte ich ja gar nicht angreifen Ja Ähm Das ist ja Das ist ja immer falsch gedacht Viele denken ja auch sofort Bam Da sagt man Oh, du rumpst dich Hat er was falsch gesagt Ne Angeblich Ja, man meint das gar nicht so Ne Ja Ja, okay Es gibt Parteien Die halt auch immer so Die sagen ganz was Böses Und dann Nein Das meine ich doch gar nicht so Das meine ich doch komplett anders No Ja, gibt es auch Ne Ja, nee Und 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 Da bin ich ja gar kein Ne Das brauche ich nicht So, aber ich brauche jetzt hier einen Pott Einen Topf Welchen nehme ich denn Warte mal Du Ich nehme du Hätte ich Dich Heute Hätte ich Kuchen Da Kuchen Da Fallera Falleri Ja Ähm Ja, wie gesagt Ungerechte Ne Ich hasse Ungerechtigkeit Ne Boah Leute Ungerechtigkeit Ist ganz was Schlechtes Ne Ähm Wieso ist denn da Wasser drin Hä 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 Ist wirklich Wasser drin In dem Kochbott Den hatte ich doch Hat Tüten den jetzt einfach weggeräumt Ja Manchmal ist er süß Ne Dann war der wohl Noch nicht so ganz ausgespült Oder so Wie er sein sollte Da tue ich da immer Immer einen Schluck Wasser Unten rein Damit das nicht Äh Ja Trocken ist Oder so Der war sauber Der Pott Ja Aber da war jetzt Da war jetzt ein Schluck Wasser Unten drin Ja Ich spüle das noch Ich kenne dich ja Ne Spülen Wird ja dazu Ne Ja Man kann kochen wie eine Kuh Man lernt immer Man kocht Man spült immer dazu Quatsch Falsches Sprichwort Ne Falsches Falscher Moment Man Man wird alt wie eine Kuh Und man lernt immer dazu Also den Spruch Den titiere ich nur Ne Nicht dass er Euch wieder angegriffen fühlt Ne Hier Von wegen Weil frauenfeindlich Und so Ne Ne Das ist ein Zitat Ne Hat meine Oma immer gesagt Und meine Mama auch Ne Und die habe ich beide lieb Ach Ja Und sonst Wie geht es euch Wie ist Wetter Alles gut Ja Hier sieht das so trübe aus Ne So So richtig schön Ist das nicht Ne Also Ich könnte es mir schöner vorstellen Aber habt ihr gehört In Urlaub Ach im Urlaub In Türkei Und Griechenland Boah Ich habe ja letztes Mal gesagt Ne Wir hatten ja auch so Nö Das kann gar nicht sein Das gibt es gar nicht Ähm Ja ich sage Ich habe auch 45 46 47 Grad gehabt Ja Also Ähm Ich weiß es nicht Weil das jetzt vielleicht Gar kein Winter ging Weil das jetzt innerhalb Hotelbereich Das ist so So ein Quadrat Ne Und in der Mitte Spielte sich der Pool So ab Und so das Leben Äh Da hatten wir das auch Boah Leute ich kann euch sagen Das ist Das ist aber Korb Äh Nicht Korbbeherrschung Körperbeherrschung Da musst du echt wissen Was du da tust Du kannst nicht einfach Da so So rumleben Ja Oh ne Boah Da Boah Das ist ja Das war richtig Hammer Also Also so eine Temperatur Warte mal Ich mache mal eben hier Schon mal die Sachen fertig Die ich Schon mal so brauche Nein die brauche ich alle Ich brauche alles hier 18 Millionen Ach Ja und Irgendwo aus Skandinavischem Bereich Der bekommt noch mehr 26 Millionen Äh Ja Weißt du was ich meine Wegen weil er Schlappen da Oder Schuhe an hat So Fußball So Oh 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 Hat der Trump ja auch gedacht Ne Ja Er findet mal einfach Goldene Schuhe Mit Ganz neu Designten USA Flagge Draufgetackert Ne Und zack Wird er Multimilliarderer Ne Ja 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 Aber nicht mit mir So Was wollte ich jetzt Ich wollte Ne ich wollte eine Pfanne haben Die Pfannen die wohnen doch hier Ach Ja Ne Und das kann ich ja Also Das mag ich nicht Ne Also diese Ne Aber das wisst ihr Ja Ja wenn einer Wenn einer sagt Du Ich kann dir jetzt nichts Helfen Weil ich jetzt eine arme Socke bin Dann ist das ja in Ordnung Ja Es gibt es Gibt es ja auch so So Bibelferse So Bibel Texte Ne Ähm Wie war das nochmal Ja Ja oder Ja okay Das ist ein lustiger Text Ne Also Ich zitiere das auch nur Ne Ähm Wisst ihr was ich jetzt zum Beispiel Ganz toll finde Und jetzt sind wir schon wieder Mit dem Popo in der Türkei drin Also gedanklich zumindest Mit dem Popo Also egal Auf jeden Fall Sind wir jetzt in der Türkei Da gibt es Ähm Da ist ein Aufsteller So ein Schild Ähm Dann steht da irgendwas von ECMEC Und ne Ich kann das jetzt nicht alles so direkt übersetzen So und da habt ihr die Möglichkeit Brot zu kaufen Weil das ist ja auch ein Bäcker Ne Ja ich mach mal ein bisschen lichtlauter hier Einen Moment Ja Dann könnt ihr ohne weiteres Brot kaufen Kikak Ja Dann könnt ihr ohne weiteres Brot kaufen Ja Und Der allergrößte Äh Clou ist Ähm Du kannst Brot kaufen Für jemand anders Den du gar nicht kennst Ja Du kannst da Ähm Dem Bäcker Oder dem Der da an der Theke steht Und der das Brot einpackt Kannst du Geld geben Ja Und davon Finanzieren die dann Das Brot Was die für den Armen Ja Mittellosen Menschen Äh Dann schenken können Also geben können Ja Das ist eine mega So einfach So weißt du So gaga Einfach Ne Ja hier ist man zu dumm dazu Ja hier ist ein bisschen alles so Das hinkt So ein bisschen rumpelnderweise hinterher Das hat hier alles so Kein Kopf und kein Arsch Ne Ja Also das macht so Spaß Solche Sachen zu hören Ne So ich mach mal jetzt hier so ein bisschen Speck Weg So Das sieht so blass aus Was ist mit dir los Ne ist gut Ja Und äh Ja Gibt so einfache Möglichkeiten Warum Warum ist man hier zu dumm dazu Ja Wenn man jetzt sag ich mal In irgendeine Dönnerbude geht Ja Und die Dönnermenschen Die kennen ja auch Die Trottoir Die Die Leute die da spazieren gehen Und laufen Und machen Und tun Ja Warum kann man Äh Du sollst nicht unter meine Füße Bitteschön Selbst schuld Wenn ich dir auf die Pfoten tritt Übrigens Niki hustet schon wieder hier Niki ist wieder Ja Er ist im Moment zu Hause Ähm Im Moment ja Im Moment ja Ist er zu Hause Ja und ähm Zwei, drei Wochen Muss er erstmal hier Ja Aushör Ausharren Aussitzen Und Muss dann Ähm Nach Mary Poppins Ähm Ja Mary Poppins Der hat den Schirm gehabt Stimmt Ja So Der hat ein bisschen Sonnenschirm Weil ich so sonnig bin Ne So viel Sonne Ausstrahle Lass es mir Ein Sonnenschirm In mein Herz Inklatieren Ja nicht unbedingt Der Sonnenschirm Würde ich mal so sagen Ne Das ist ja mehr so Mehr so ein kleines Partyschirmchen So für so ein Cocktail Ne Also größer Ist das nicht Ne Oder Nö Das ist ein ganz klein Ganz kleines Dingsbums Würdest du auch Für was willst du Geschwäck haben Na Späse Spätzle Achso Späse Späse Spätzle So dann Muss ich nicht machen Das kannst du Auch so am Tisch Stimmen Ja Aber das Funktioniert Kann ich Das kann ich nehmen Wenn ich Nadelbinden mache Ja Dann kannst du Oder vorstellen möchtest Aber nicht Ähm Was willst du Was hast du vor Wenn ich Pilze Also was hast du vor Etwas Öl reinmachen Dass der geschmeidet Da ist Öl Ganz ruhig Na du brauchst du gar nicht weggehen Weißt du was wir nachher machen Nein Wir machen einen Messpächer Dann machen wir den Derbeersatz ein Und wir föschen Selkass Und dann haben wir Bärbärbohler Aber ohne Erdbeeren Ja ohne Bärbären Das ist ja auch Dann Erdbeeren Das ist ja dann langweilig Da müssen auch Erdbeeren drin sein Die haben wir ja Gestern gegessen Ja Alles gut Und schick Schick Ich geh hoch Ja auf jeden Fall Ist er jetzt hier Müsste sie etwas Rüchtiger haben Die Speck Ja auf jeden Fall Ist er jetzt hier Und muss dann Wenn sie so ein Knack hat Oder müsste sie Die will doch gar kein Nein Hase Ganz ruhig Ganz ruhig Hase Ganz ruhig Ist doch alles schon geplant Das kommt hier Das kommt Der alles hier In solchen In solchen In solchen Dingern rein Da kann das nämlich Jeder selber machen So wie er lustig ist Machen die da In dem Imbiss Haben die das auch gemacht So Hey Typisch Deine Zuckungen da Du sollst nicht Hier rumzucken Schon ist wieder Stress Hier Merkt er Kannst nicht mehr Was Kannst nicht mehr Kannst nicht mehr Ja ich kann es nur lernen Ja ich merke das schon Ja weil das ist ja auch nicht Flutschig genug Nee Ja die Pfanne ist schon Etwas älter Ach die Pfanne ist etwas älter Jetzt ist die Pfanne auf einmal schuld Ich glaub's nicht Nee das soll ja hier rein Und da kann sich das ja jeder selber rausnehmen Nehmen wir das will Ach Ach Genau Du kannst ruhig erzählen wenn die Leute da schon stehen Wollen es können wir Heute gab es Königsberger Klopse da. Ja, Hammer! Lecker! Also ich sage mal... Bacardi gab es heute auch Königsberger Klopse. Von der Anrichtungsweise, von der Teller her, sehen appetitlich aus. Also für ein Krankenhaus sehen die echt appetitlich aus. Und alleine, dass der Kartoffelsurier mit einem Eisboschern hier heute gemacht wurde. Ja, und? Ja, weil es ist ja automatisch mit dem Loch da in der Mitte. Nein, ohne den Loch. Ja, da gibt es immer welche Portionsapparate da. Die haben da so eine Kuppel, ne? Und dann ist da in der Mitte so eine kleine Kohle noch. Warum die da ist, weiß ich nicht. Vielleicht weil die Soße sich da entfängt oder so. Aber eine ganz kleine Kohle. Mit dem Eisportionier. Ja. So, so kann ich... Ich sehe das ja. So ist einfach. So. Aber die Soße... Äh... Also der Kartoffelbreiber Nato-Kleister. Ja. Also Nato-Kleister nennen wir in der Küche, wenn der Kartoffelpulmer dafür nimmt. Die Soße zu den Kaffern, die Kaffernsoße. Ja. Von der Königswerbe der Klöpfe müsste die Soße noch etwas Säure enthalten. Sollte ein bisschen säuerlich sein. Ja. Ich habe zu der Kleine schon geschrieben, die soll Maggi mit trinken. Maggi. Ja, weil alles... Das ist auch nur zwei Liter da. Ja, weil es nach nichts geschmeckt hat. So. Ähm... Keine Säure, kein überhaupt kein Geschmack. Und dann hattest du das Gefühl der Soße, es war Pudding. So angedickt worden. Okay. Er hätte ja jetzt die Chance zu sagen, Schatzi, weil die schmecken günstiger Klopfe am allergeilsten. Dann tut er mal wieder nichts, ne? Dann tut er verlegen Hüsten, ne? Ja, also du hast jetzt hier die Fettdämpfe da auch noch. Dann kriegst du noch mehr Hüsten. Dann, äh, die Klöpfe, die... Gummis. Jo. Er hätte jetzt immer noch die Chance zu sagen, oh, deine Königsberger Klopfe, die machen mich wahnsinnig. Oder so, irgendwie sowas, ne? Aber du hast die Karpern in der Karpernsoße, bitte. Die konntest du erkennen? Ja. Ja, ich mach die ja auch immer so. Alle drei oder vier Karpern. Mach die ja auch immer so da dran. Also hätte für meinen Geschmack mehr sein können. So. Denn, äh, und rote Beete dazu, ein kleines Schilfen. Jo. So. Ne? Hattest du den Teller? Ja, ich kenne die ja. Das sind ja diese Krankenhaus-Vorzellanen. Die, äh, die immer das Essen da bestellt, ne? Ja. Die war heute nochmal da und hat, äh, äh, nochmal Bestellung aufgenommen. Ja. Da hab ich gesagt, für morgen oder für früh und spät, äh, ne Scheibe weniger oder im Brötchen weniger und dafür ne Scheibe Weißbrot. Ja. Weil im Krankenhaus-Ess ist ja nicht so wie zu Hause. Ich bestell immer Graham-Brot. Komischerweise kriegen die das manchmal da. Ja, aber ich glaube jetzt nicht noch. Ja, Graham-Brot, das ist natürlich das Allerbeste. Wir hatten ein paar der Bonner Weißbrot, äh, Brottenbrot. Ne, Weißbrot. Ja, das stopft doch, ne? Weißbrot, das macht so, macht so. Aber was mir gespürt hat, zum Abendbrot hast du für eine, äh, Schnitte zwei Käse oder zwei Brottscheiben bekommen. Für eine Schnitte, ja, so, dann gehört sich ja so. Ja, zum Frühstück hast du aber für ein Brötchen, für eine Brötchenhälfte eine Scheibe Käse bekommen. Okay. Ja. Ja, vielleicht ist das eine andere, äh, Schicht. Und die haben halt weniger, äh, Erlaubnis, dass die vielleicht weniger benutzen, äh, verbrauchen dürfen. Das ist ja so, auch so wie im Hotel, pro Person, ne? Hast du so 3,50 Euro pro Tag, pro Person, Hotelgast, ja, das ist wirklich so. Ach, du Kacke. Ja, dass die noch etwas Röstaromen haben bekommen. Röstaromen. Ha, ich liebe ja Röstaromen. Also Röstaromen, da geht ja gar nichts drum. Aber ich könnte jetzt immer noch sagen, ne? Oh, kleine Königsberger Klopse sind ja so phänomenal, ne? Ne, oder? Ganz verlegen, wir nutzen mal wieder. Ja, du stehst ja direkt drüber. Schlauberger. Oder wie heißt das bei den Schlümpfen? Schlaubi. Schlaubi. Ach ja. Ich lege hier seit Stunden, drehe meine Runden. Habe ich gerade meine Schlappen gezeigt? Habe ich gesagt, die sind von Waldi. Für mich auch 18 Millionen haben. Lalalalalalala. Lalalalala. 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 Habe ich gesagt, dass ich euch so nahe gekommen bin. So. Ho, 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 ho. So. Ja, tu das alles darin. Dann kann sich das schließlich jeder selber daraus vorstellen, wie er hat möchte. So, und das kann ich jetzt schon gleich wieder an. So, wo tue ich dich denn hin? Da. Ja, okay. Hätte ich sonst ausgereibst. Ausgerubst. Ja, du verteilst hier halt. Mh. Mh. So. Ach ja. Los, Digga. Worin geht es hier rum? Na, na gut. Hier ist irgendwas Schwarzes drin. So. Bisschen salzig machen das Wasser. Zack, zack, zick, zack, Zulass. Ach ja. Boing. Es hat mehr geworden, oder wie sieht das auch was? Ja. Oh. Aber der verliert seinen ganzen Laufbettel. Ja. Ja, also tu die rein. Tu die rein. Die hat ja nichts draußen zu suchen. Zumindest nicht bei so einem scheiß Schietwetter. Hier sagt man auch Schietwetter. Heute wollen wir auf jeden Fall. Ja, auch da. Die ist einfach zu nass. Alles zu nass. Diese Saramatzkörner, die dürfen nur leicht dunkel. sein, aber nicht überschwemmt. So, dann ja. Och, hier ist ja gar nichts mehr drin. Hier ist ja gar kein Schnitzlauch. Ja. Nur noch 3,5 Gramm. Lohnt ja gar nicht mal mehr. Kannst du mal weg. Zack, hab ich überhaupt noch? Irgendwas grünes. Suppengrün. Suppengrün. Halleluja. Gott im Himmels. Gott im Himmels. Ja, Mando. Klingt ganz gefährlich. Ehrlich. So, da muss ich gucken. Frische Eier pro Kilo. 4 frische Eier pro Kilo. Also sind hier 2 Eier drin. Da verarschen sie dich. Da verarschen sie dich auch noch, ne. Ja. Äh, Spätzle-Nudeln. Ja. 4 Eier pro Kilo. Das sind aber nur 500 Gramm. Also sind da doch wohl, so nach meinem Rechnen, auch doch auch nur 2 Eier drin. Ja, kürzer, ne. Äh, es gibt doch diese 7 Eiernudeln, oder wie sie hießen. Ja. Gab's doch auch mal. Muss ich erstmal hier gucken, wer Sonnen licht. Heiß gar keine Sonne da. Zubereitung, da. Das würde ich haben. 1 Liter pro 100 Gramm. Äh, unter gelegentlichen Umrühren 12 bis 14 Minuten kochen. Äh. Nudeln. 1 Liter. Also könnte ich die jetzt sogar schon rein machen. Da steht jetzt nicht ins kochende Wasser geben. Ach, das ist ja noch, dass die klarer, deutlicher ist. Zubereitung. Nudeln in Salzwasser geben. Unter... Nudeln... Oh, die kann ich ja jetzt schon mal rein machen. Also da unten im Keller liegt immer noch meine gute Schere, ne, meine Küchenschere. Noch mal so am Rande, ne, informiert. Schon gar nicht mehr da, schon wieder weg. Da schlitz der immer weg. Was ist das denn da drin? Warte so, was ist das denn jetzt hier? Was hab ich denn jetzt hier? Ach, das ist von nem Plastik. Ja, wollt schon sagen. Ja, meine Schere, ich hab meine Schere hier. Da muss ich das jetzt da so rein. Ach komm, 500 Kilo Nudeln machen wollen. Lalalala. Ja, der Herbert, ne, grüner Meier. Der war in Bochum. Bochum, ich komm aus dir. Ja, ein guter Mensch. Also, oh, den find ich richtig geil. Ach, so. So, ein bisschen wieder zumachen. Das ist mich jetzt so, so stürmisch. Meine Sauerkraut-Gabel habe ich. Ob man damit gleich Könnte man vielleicht mal versuchen. So. Sprudelnd. Ich mach das jetzt ein bisschen schwächlicher. Und immer schön umrühren. Da stand jetzt nix von Öl beigeben. Also lassen wir das. Ja, also. Das sehen wir uns dann gleich mal wieder, wa? Also, ich will jetzt mal eben eine Zwiebelattenpause machen, ne? Ehe Süßen. Jo, so ist das nämlich hier. Ha, ha, ha. Ja, das ist wieder Quatsch mit Soße. Ah, Niki, der macht dir wieder Chaos. So, das ist mein kleiner Chaos, man. So, wo tue ich denn die Nudeln so rein? Soll ich sie hier rein rein? Einen? Und dann kann ich sie ja kurz im Backofen warm halten. Soll ich, ich sag immer Nudeln, ne? Spätzle sind für mich auch Nudeln, ne? Da kriegt man bei wohl Ärger. Ja? Aber das sind ja auch gar keine echten Spätzle. Das ist ja auch so aus so einer Fabrik kommend, ne? Die Spätzle sind ja so vom Brett geschubst, ne? So, die sind aber jetzt gut. Die werde ich jetzt hier erstmal abschütten. Boah, das klopft wunderprächtig. So, die sollen jetzt mal in Ruhe. Ja, jetzt sieht der Herz schon wieder total überscheiden aus. Ah, ne, ne, schon wieder hier was übergekocht. Ah, ich liebe es nicht. Ich habe zwar hier eine Hexenküche, aber das soll ja nicht so aussehen wie eine. Oder wie sagt man dazu? Das soll hier nicht so schlimm aussehen. So, man, was? Hier ist auch schon wieder was. Hier hat auch eine Pfanne gestanden. Ja, da legst du nieder. Wie mache ich das denn jetzt? Nehme ich jetzt die große Pfanne oder die hier? Ich nehme die hier. Das ist mir die gernste Pfanne. Die wird auch nicht so super heiß. Dann ist das auch in Ordnung. Mach mal hier ein bisschen Lampe. Können wir mich alle hören? Ja, wunderprächtig. So. Hier kann man ruhig voll Power machen. Das ist, ich weiß nicht, das ist aber wahrscheinlich nicht beabsichtigt, weil das ist eine Produktion. Das sind immer diese Dinger, wo ihr Pluspunkte sammeln könnt bei irgendwelchen Geschäften. Und dann bekommt ihr nicht das Original. Nein, bekommt ihr wirklich nicht. Ja, dünnwandiger, schlechter verarbeitet. Ja, hier ist zum Beispiel, da wo der Griff dran ist, da ist eine Beule drin. Also, ja, hier könnt ihr aber vielleicht erkennen, so, ja, hier unten wo das ist eine Beule. Also, wenn das schon mal irgendwo, ja, auf den Stiel gefallen ist, mir nicht wohlgemerkt. Ja, so, äh, ich mach jetzt da ein Spatz Butter dran. Äh, ja, Entschuldigung, hab da einen Nacken gekriegt. Ich mach jetzt da einfach mal so ein Häppchen Butter. Ich mach mich mal hier so ein Messer für. Ein kleines Klötzken. Ja, wie gesagt, Niki ist ja wieder zu Hause. Aber auch nicht. Ähm, ja, er wird dann, äh, kriegt dann eine Nachricht, beziehungsweise, ähm, äh, er muss sich dann, ja, irgendwo informieren, ähm, dass er dann so einen Termin da macht. Und, äh, ja, er muss da, ja, zu so einem Herzkrankenhaus. Na, wenn ich sag KWK, wissen die ja im ganzen Umkreis, äh, was ich mein, na, Kaiser-Willem-Krankenhaus. Und das wird dann wohl zwei, drei, vier Wochen sein. Äh, und das ist ja heute, heutzutage, ja, du kriegst ja, äh, Bastelset, kriegst ja mitgeliefert, wenn du fertig bist mit der OP. Du fährst heute hin, nüchtern, wird sofort, schnapp, schnipp. Äh, also, äh, ich war, achso, ich war jetzt bei meinem, bei meinem Defibrillator. Äh, also, dann wird das eben schnell gemacht. Anderen Tag, wie gesagt, da kriegst du das Bastelset, Skalpell und Schere und Pinzette, Tupfer vielleicht, Frau Lange. Äh, ja, und dann geht's ab, ne, dann kannst du nach Hause und mit dem Bastelset kannst du dann selber irgendwo nach acht bis zehn Tagen die, die Verknotung daraus schneiden. Und, äh, ja, das war's dann, ne. Das ist es dann gewesen. Nein, so schlimm ist es nicht. Ja, aber heutzutage, ne, guck mal, früher hast du einen kleinen, oder einen doofen, einen kleinen, ist ja egal, ähm, einen doofen Herzinfarkt gehabt. Du hast sechs Wochen flach gelegen. Kannst du dir vorstellen, sechs Wochen Pfanne? Bah! Fuhigbar. Ja, ich hab direkt, ich hab einen schweren Myokard-Herzinfarkt gehabt. Und dann hab ich Stents bekommen, also der Defi kam auch erst später. Ja, immer mit einem Cyborg, ne. Sagst du, Micky, du bist jetzt auch ein Cyborg, ne. Ja, weil so nach und nach die Ersatzteile so drin kriegt, ne. Ja, und, ähm, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Ja, auf jeden Fall, ne, Dingens. So, jetzt muss ich hier gucken. Muss ich dann ein bisschen, ein bisschen das Fett verteilen. Und jetzt gehe ich hin und mache da die Spätzle drauf. Ich tue da mal hier so ein Tellerchen drunter halten. Und jetzt tue ich hier die Spätzle in diese Pfanne rein. Warum mache ich das eigentlich so? Warum mache ich mir das alles so schwierig? So, da kann Küken vor mir das morgen wieder eine süße Sirup drauf machen. So, und das wird jetzt hier in der Pfanne mit Butter, also bei mir, ja. Also an alle Schwaben und Spätzle, Genießer und Fachmänner und Professoren, bei mir wird das einmal anders gemacht, ne. Von wegen, das sind keine Kochrezepte, was ich hier versuche. Wir quatschen einfach nur, ne. Ist einfach nur, ja, ihr habt vielleicht, ja, mal so einen Mousse, so einen ruhigen Tag oder Langeweile. Ja, und ihr möchtet einfach einen zuhören. Ich quassle, ihr hört zu, lacht euch kaputt, weil ich meine Witze dazwischendurch mache. Ja, und dann läuft das hier auch schon bei uns, ne. Ja, das sieht ja richtig gut aus, Leute. Boah, das sieht ja, da ich bin ja jetzt schon total nervös. So, Küken ihr sein Werkzeug. Hier ist einmal ein Messer, Gabel, Schere, Licht. Jetzt dürfen kleine, so, hier brauche ich noch eine, eine Gabel. Ach ja, so, guck mal, ich habe jetzt hier immer noch den, den Weißkohl, den kann ich auch noch verarbeiten. Da kann ich schon eine schöne, leckere Kohlsuppe draus knusspannen, äh, zaubern. Und, äh, ich glaube, ich nehme Suppenteller, ne. Ich glaube, ich mache, ich tue das hier schon mal weg. Ah, also ich würde sagen, den Vorschlag machen, Suppenteller zu nehmen. Ähm, ja, ich mache jetzt hier bewusst kein Olivenöl dran, weil, äh, Oliven, ah, der sieht mich gar nicht so richtig. Weil Olivenöl ist ja nun mal, ähm, ähm, auch ein Öl, was sehr viel eigene Aromen hat, ähm, und das ist natürlich dann Blödsinn, ja, wenn es so italienisch schmecken sollte oder aromatisieren sollte, ne. Ach, das kann gleich so am Tisch. Ach, ja, Leute. So, das kann auch, ne, dann brauche ich das gar nicht, jetzt, dann kann ich das nämlich weg tun. Ich dachte, ich mache das noch in meinen Backofen, Backofen rein, aber das ist ja blöd Singeling. So, Zwiebeln, ich habe Zwiebeln, Zwiebeln hier, ne, und gerösteten Speck hier. Ja, da macht man sich dann einfach hinterher drauf. So, wie man das möchte. So, die Soßen, die nehme ich weg, damit keiner auf die Versuchung kommt, da Mayonnaise oder was drauf zu machen. Das mag ich nicht. Nein, ich bin da nicht so empfindlich. Aber Hühnersuppe mit Ketchup, habe ich auch schon mal gehört. Ah. Hühnersuppe mit Ketchup, ja, ich glaube es nicht. Ja, so, hier habe ich noch ein bisschen Ende. Ende Gelände. Da habe ich keine Petrusilie mehr. Ich mache jetzt da noch mal so einen Hauch von Pfeffer dran. Mal gucken, ob das hier Pfeffer ist. Ja, ein Hauch von Pfeffer. Ja, mehr braucht das gar nicht. Das ist ja ein ganz, ein mildes Genü, ne. Also, da mache ich noch mal eine Brise Salz dran. Brauche auch nicht. Weil auch da habe ich hier vorgesorgt, ja, der hat, die Soße hat Salz, ja. Und auch hier, der Ömbi-Taler hat auch Salz, ne. Also ist das nicht von Nöten. Also zumindest nicht in so übertriebenen Mengen. So, ich will jetzt noch mal überlegen, ob das, der macht da noch mal ein bisschen was bei. Man hat Küken heute Morgen für ihre süßen Nudeln ein bisschen weniger. Ja, das dürfte aber reichen. Ja, Niki sollte ich auch erst mal auskurieren. Da muss ich jetzt hier nicht rumhexen. Na, das ist nicht nötwendig. So, aber hier schneide ich das schon mal auf. Ja, ich habe jetzt hier eine Soße Hollandaise. Habe ich jetzt gar nicht mal erwähnt, siehst du. Also das hier in dem kleinen Tetra-Pack ist eine Soße Hollandaise. Und weiß ich gar nicht, macht man das nicht jetzt ja. Ja, man kann ja Bernays oder was, glaube ich. Aber ich sage, wenn da, wenn der Käse jetzt drankommt gleich. Ich habe hier so einen Raibekäse, so einen Oemitaler. Und ich will hier eine Eingänge. Boah, boah, diese Eingänge hier. Gott, Christo. Ja, der Verpackungsgünstler, den meine ich diesmal. Na, da kann ich auch schon mal aufmachen. Und dann da parat stellen. So, ja, ich habe jetzt hier Vollpower, die Herdplatte. Aber das ist nicht so richtig induktionsgeeignet. Das steht zwar drauf für Induktion, die Pfanne. Ja, aber das wird da nur drin warm. Aber ja, wenn ich das jetzt zum Beispiel an einer anderen Pfanne machen würde. Ich habe volle Stufe, ne. Wenn ich jetzt woanders machen würde, ja, hallöse, boöse, ne. Da würde mir dann aber die Pfanne morgen springen vor Freude. So, jetzt will ich dann nur gucken, ob da ich so ein bisschen Farbe da drunter kriege. Das sieht so richtig mega gut aus. Ja, und dann wie gesagt die Zwiebeln und die Speckwürfel. Ich muss nur aufpassen, sonst habe ich gleich mal Speckwürfel gehabt. Ja, sonst springen die Katzen mal wieder am Esstisch. Ja. Ja, wenn das Pärchen nicht zu Hause tanzen, die Mäuse am Tisch. Oder wie war das? Zu so einem Spruch, ne. Renate, mitschreiben. Ich weiß es nicht. Nein, Quatsch. Ja, du hast mal gesagt, du brauchst mal Sekretöse, ne. Ja. Ja, Friseuse darf man nicht mehr sagen, ne. Friseuse darf man nicht mehr sagen. Das ist jetzt, ja, aber wie ist das denn mit, wie ist das denn mit, ähm, Friseuse? Das darf man dann auch nicht mehr sagen, ne. Das muss man jetzt auch sagen, Friteur, ne. Ja, von wegen Gendern, ne. Ja. Gendern ist ja schlimm. Gendern ist ja ganz was Furchtbares. Ja, da haben sich wieder irgendwelche voll schlaue Menschen wieder Gedanken gemacht, wo total blöd ist, ne. Aber egal. So, ich mache jetzt hier einfach die, es nimmt keine Farbe an, da sind keine gebratenen Nudeln. Ja, viele sagen, ne, hab ich ja gerade gesagt, der ist von wegen Spätzle, nein, da sind keine Nudeln. Aber jetzt sagen wir sicher, wer hat die Nudeln erfunden, die Italiener oder die Asiatischen, ne. Wer hat die Nudeln erfunden, ich kippe jetzt einfach hier, äh, die Sauce Hollandaise. Ach, guck mal, ne, ich dachte, das ist jetzt alles auf einen Schwupp daraus, sodass keine restlichen Bestandteile so am Rand kleben bleiben, aber ich nehme hier so mein Messer. Da kriege ich das hier wunderschön mit aus der Wandung heraus gelutscht. Ne, so lange Zunge habe ich auch nicht. Ja, aber ich finde das immer schäppig und schade, ja. Ja, oder ich mag auch diese, mhm, mhm, auch gut. Schöne Qualität, ist zwar jetzt kalt, aber, so, ja, schöne Qualität, also schmeckt mir. Ja, das ist auch ein billiges Produkt, ein günstiges Produkt, billig soll man ja nicht so sagen, ne. Ja, weil das klingt immer so abwertend, ne. Ja, günstiges Produkt, ja, Produkt, ne, so ähnlich, ne. So, jetzt rühre ich das hier mal unter. Also eine Dose würde, reicht wohl vollkommen hier aus. So, und jetzt gehe ich auch hin, nehme schon mal so einen ganzen Haufen von dem gereibten, geruppten Emitaler. So, den Rest lasse ich einfach für hinterher, so für oben drauf, weißt du. So, da reibe ich jetzt auch so da drunter, ne, da schubse ich so da unten drunter. So, dass ich jetzt einfach nur so ein bisschen halieb habe, jetzt gleich lieb. So, das langt, jetzt reibe ich das, dann mache ich das oben so ein bisschen glatt. Brauchen wir ja gar nichts mehr machen, großartig. So, und jetzt gehe ich da hin, tue den restlichen Reibekäse einfach oben so ein bisschen drauf. Dann kann sich halt jeder so ein bisschen von da oben wegnehmen. Aber viel für mich ist auch alles Käse. So, und das lasse ich jetzt einfach so ein bisschen warm halten, stehen. Essen ist fertig, Leute. Essen ist fertig. Ich schnappe mir jetzt ein bisschen Petrosilie. Was ist los? Komm rein. Hm? Tiger. Tigerle. Tiger ist draußen und macht brr, 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 brr. Ja, unser Tiger. Tiger in the woods. So, ich habe ein bisschen Petersilie aus meinem Kräutergarten geangelt. Das kommt jetzt einfach da so ein bisschen dekorativ so obendrauf. Muss ja gar nicht viel sein. Das ist ja nur mit Liebe gemacht, ne? Mit Liebe. Mit Liebe gekocht. Na kommst du jetzt mal und bleibst jetzt gefälligst da so schön sitzen. Ja, so ist richtig. So soll er sein. Hier, das können die Katzen lutschen. Katzen lutschen. Ja, die mögen auch nudeln. Bis flachen. So, das lasse ich jetzt einfach so. Stell jetzt auch nur noch auf warm halten. So, dann bin ich jetzt eigentlich soweit fertig. Ja, dann nehme ich euch mal mit rüber, ne? Nicht verraten. Hier kann ich schon mal das TV-Programm aussuchen. Euch stelle ich ein bisschen gerade, ne? So. Ruhe erlauben! Bitch! Ach, ja, 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 ja. Hei, ja, hei, ja. Das waren die Panda-Funk-Kuh. Panda-Funk-Kuh. So, überall liegt seine Geschichte. Das Eingestürzte. Nee, das kenne ich nicht. Kennen Sie dieses Lächeln? Warum soll ich dieses Lächeln denn kennen? Das kann ja wohl nicht überall sein. Entdeckung. Wissenschaftler für ein Müssel-vergrabenes Objekt. Hallo, zusammen. Was ist das denn jetzt? Das ist doch ein Huhn. Was soll das denn sein? Auf Eis gerät, was? Ihr schleppt Ham! Wenn ihr wollt, könnte er lustig sein. Ja, lustig. Essen meine ich. Du doof. Der ist blöd. Niki ist doof. Ach, ja. Ich würde sagen, Suppenteller werden, glaube ich, ganz, sind, glaube ich, ganz gut. Wie, glaube ich, hier? Ein Fussel. Ein Flausen war da nur. Ja, ich habe hier immer Flausen im Kopf. Hier schleppt Ham, der saftige Schinken. Bin ich unfreundlich. Hier schleppt Ham. So, bin ich unfreundlich. Bin ich unfreundlich? Achso. Hier schleppt Ham. Ja, aber das macht man ja auch nicht. Aber Peperoni, die muss ich immer eine haben. Zwei, drei. Oh, ja. Gut. nicht erhielt heute mal kass spatzle käsespätzle oder nudeln mit käsesoße ja wo bleiben die denn stehe schon seit einer dreiviertelstunde stehe ich jetzt hier in diesen raum herum die kommt jetzt hier rüber ja ob dich hol den anderen runter denk dran die käsespätzle habe ich wegen dem da oben gemacht ja ja von wegen sich dann wieder drücken marika nie mehr wieder sind die suppenteller gut dafür oder kann man kann man das medikamente da unten haben wir nicht schon mal in augen hier nimmt weiß ich nicht gott ich schon wieder kein sein gehen ja vorgetäuschtes gehen wegen dem da so einer bist du ja ich bin gemeint heute du bist heute gemeint ich lebe ja nur noch mit gemeinen menschen hier zusammen wüsstest du a c e oder o saft das ist egal ich mache da keinen großen unterschied der witschglitsch ich habe arbeitsflecken stöß können wo ich dir drauf machen komm her ich hau dir einen drauf die gabel ist lustig die süß ne türkische wieder mit so viel käse geht irgendwie geht das oh 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 da bewegt sich was dankeschön nimm doch eine piekacke habe ich doch nicht sterben bitte haben die schon genug vermisst was ist er denn da so steif ist es noch besser wie immer guck ich steif ne da gucken wir wieder gruselige horrorgeschichten mal wie torsten schon gesagt hat mit dir kommt unruhe ins haus mach mal da um ecke den kann ich auch wieder verschwinden nein ja sicher dann kann ich auch wieder ein krankenhaus gehen aber in drei wochen habt ihr mich auch wieder ein krankenhaus ja das habe ich ja gar nicht mal so probiert mhm lecker ich will nur mal hoffen ja guck mal du hast ja bestellt da hast du bitteschön ich habe heute schon warm gegräßen 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 komplett ohne schärfe doch der käse ist scharf total scharf so ist die nacken du wolltest sie mit speck und mit zwiebeln haben nein ja versuche ich jetzt mal nicht drauf zu reagieren nein 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 oh oh mexico fingern wenn ich die op mache dann kann ich nicht mehr sagen ich bin herzkrank mhm hä ein bisschen bist du dein herzkrank immer noch natürlich auch mit ich habe aber nur einen Sonnenschirm in mein Herz ja richtig genau das neben Sonnenschirm aber wo ich dann gesagt habe ja ich habe schon ein bisschen belesen also die Kardiologin ne dass das denn wie ein Sonn äh wie ein Regenschirm denn aufgespannt wird halt musste so anfangen zu lachen so also ich muss ganz ehrlich sagen ich finde auch das Angebot dass sie versucht ähm denn äh es bei bei der op zu assistieren ne ja also dass sie da ist und das finde ich ja schon gut weil die ihr Handy vergessen hat und die wollte noch lustige Fotos machen für ihre Kinder zu zeigen ja das kann sie dann dabei machen ja ich sage mal ich sage mal ich sage mal sowas haben sie bisher bestimmt selten gesehen dass eine erwachsene Person damit ein Kuscheltier liegt ja das ist aber nur weil viele weil viele rachsene sich nicht trauen ne heute morgen die Schwester ne heute war ja Chef für die Niete komm äh ne schwester rein äh ich mache mal kurz ihr Bett da sagte ich das Bett lag nicht äh 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 die Tiere liegen vernünftig das sieht doch äh vernünftig aus das ganze Bett äh ja ich hatte ich hatte immer die das eine Gitter oben weil das eine Gitter das Kopfteil hat ja Fernbedienung vom Kopf hoch und runter das ganze ja ja die Seite hatte ich immer oben so und das Kissen in der Mitte und inzwischen der den Gitter und das Kissen hatte ich da mein Seepferd und da drüber äh Katze ne ja schön in der Ecke so äh am Tag in der Ecke reingelegt ne ja und da sagte ich das sieht doch vernünftig aus guckte sich das an ich geh zum nächsten hehehehe ein Pflegeleichter Patient ja auch wie ich das hasse ähm ähm junge Leute also von Älteren okay möchte ich ja nicht sagen äh aber junge Burschen ja erstmal lassen die sich im Bett bedienen na äh dann äh sitzen sie am Bettrand und essen da kann ich nicht äh wo hast du denn gegessen am Tisch äh das war ja ein bisschen sehr eng alles ne ja äh auf äh Stroh konntest du nicht da war ja kein Tisch im Zimmer da waren ja nur die äh äh Hocker für die Besucher aber wirklich ja nur vier Hocker und das war's hm ja damit ja bloß nicht mehr Leute dann da sich einästen also da hat man einen Tisch mit zwei Stühle und da hab ich mich regelmäßig hingesetzt ja aber den ersten Morgen da sagte ich schon stellen sie das auf den Tisch weil ich kann das nicht wenn ich am Bett rennte esse ne ist auch nicht so schön ich hab's einmal Hauptsache kannst du raus da wieder ich hab's äh äh das einmal gemacht wo es aus der Narkose wieder aufgewacht wird doch im Moment oder nicht mhm jetzt mal Speck und Zwiebel also hast du jetzt eigentlich der Speck drauf boah da hat er aber abgezählt ne ja könnte es zu dick werden ja dein Cholesterins steigt sonst ohne Messer genau ja du musst ja jetzt Cholesterin-Tabletten nehmen bin ich aber unkommig also wenn ich noch mal ne AU brauchst du das zuerst den kommt ja nu den dann sehen die ja auch dann beim Amt mal was los ist ja mhm lecker mhm 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 lecker mhm 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 wenn dein arbeitskollege da sich mal mit einem neuen grund ankommt muss das doch mal eine erstbescheinigung gesagt guck mal, guck sich das mal an sieht hässlich aus so siehts ja aus wie ein Huhn aber rechts und links da die Dinger da boah Chicken Crab, ja, wie so ein bisschen eine Krabbe so irgendwie glaub aber nicht dran na, irgendwie wir haben das schon noch nicht alle Tiere auf der Welt entdeckt aber nicht so ein Scheißler da fährt ein Motorrad ohne ja kommt es wenigstens auch tanzen ja, das Problem ist, das kippt ja nicht einfach so um, wenn es in Bewegung ist deswegen wenn es jetzt noch anhalten würde ja, und tanken würde auf einmal und tanken würde ja dann wäre es komisch und wenn der Fahrer runtergefallen ist, fährt es ja trotzdem weiter ja naja es ist eigentlich nicht spektakulärisch natürlich ist ruhig, weil der gerade den abzweig nimmt ja, aber auch hier nur durch irgendwie dabei ist ja die Bordsteinkante direkt dass er da an der Bordsteinkante geschraubt ist und dann kriegt er so einen kleinen Brext rein uikis du hast mir nur Disney Tüscher eingepackt, ne? ich habe einfach gegriffen das war als Tinkerbell ja den ersten Tag hatte ich was hatte ich da? Simba ja genau, das Simba Tüscher den nächsten Tag hatte ich zweimal das Winnie-Pooh Tüscher und da ich wusste, dass heute ein Chefvisite ist habe ich den Frühstück Tüscher eingepackt ich hatte eigentlich genug Disney Tüscher wäre gut, passend zum Kussetier, ne? ja ist doch egal solange die T-Shirts in Ordnung und sauber sind und man soll das anziehen, worin man sich wohl fühlt Und dann ja die Küste hier noch unten da willst du ein Küste geben? ne, warum die Küste hier noch unten stehen? für die Küchensachen achso weil da immer wieder zwischendurch was reinkommt jetzt. Die Kerzen haben wir letztens reingepackt. Und die Tontöpfe. Die Tontöpfe müssen auch noch da rein. Und dann müssen wir aber gucken, dass wir die auch vorher machen. Dann standen wir mit den Krankenwagen. Vor der Tür, vor der Tür. Feuer frei. Ich dachte, ja. Nö, die sind von da vorne gekommen. Ich hab das, ihr könnt ja nicht gut sehen. Nö, nö, die standen hier vorne direkt. Wo das jeder mitbekommen könnte. Natürlich. Ganz ehrlich, das war mir in dem Moment scheißegal. Ja. Und die Wehhofener. Ich hatte ja noch extremer Schmerzen im Krankenwagen. Das hat sich ja alles nach und nach auf der Notaufnahme. Das ist ja gelogen, was der da macht. Ergeben. Und, ähm... Schatz, du hast die Straßen hier im Wehhofen. Ja. Hast du da nur Schlaflöchter mitgegeben? Ja. Und mit denen ruckeln und zuckeln... Ja. Hat das Schmerzen. Die haben echt gerade das Licht aufgedämmt, den Krankenwagen. Also blau, ne? Blaues Licht. Ja. So ein Anti-Drogen-Spritzen-Licht war das. Aber ich... Sobald, wie ich Augen aufgemacht hab und ich war zu hell, hatte ich übelste Kopfschmerzen. Ja. Deswegen haben sie vermutet, äh, auf Migräne... Also... Auf eine Notaufnahme haben die auch kein Licht angemacht. Ich hab mir deswegen jetzt einen Sommerstermin geholt, wenn sie nicht sagen. Die Krone ist wieder reich. Das ist jetzt MPS. Ja. Ja. Blumen? Blumen. 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 Musik hinter die. Ja, da hört man überhaupt nicht. Ja. Oh. Gappenjag Sparrow. Ja. Ja... MPS könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber wenn du als Darsteller kostenlos auch reinkommst weil so ein MPS-Ticket bezahlst du ja deine 35,50 Euro. MMMM. Ne? Ach. Bist du eigentlich ungefähr bei den Preisen wie bei den Mittelalter-Märkten. Ja? Hm. Und Dortmund? Trost für die modernste Musik da? in deutschland glaube ich 15 euro weil wenn man da als auf lager ist und dann finde ich eine frechheit nur zu besuch aber der zaun da ist schön wenn man ein großes auto hätte das war doch hier gerade so nicht nur gemalt ich habe die ganze zeit überlegt es sah aus wie eine frau und dann sah das aber aus als hätte hier ein bad und ich hab gedacht die hat eine sonnenbrille auf aber das war auch nur gemalt weil da habe ich die augen glauben gesehen aber so einen vollen streifen hier runter willst du ja nicht das machst du ja mal wieder weg ja ich hab das heute morgen wieder weggemacht das ist ja dann bist du mir den hier oben ja weil der so komisch geformt ist deswegen mache ich das immer da gerade naja ein baumtroll ja ich kann mich da nicht so mit befassen also wenn man da so immer ab getrennt ist oder so dann würde ich das sagen ja okay aber das ist mir zu viel bunt das ist ja schon schwierig die ganzen epochen auseinander zu halten da ist halt alles genau das war die brille wird da nicht dran hatte gestern habe ich noch eingesehen das war so wird da jemand gebastelt er war aber am nähen ich glaube hier diese unter der rüstung die bamser ähm war er da gerade am machen und dann sagt er oh moment jetzt dürfte film er ist die brille abgenommen ja aber ich sag so abartig muss ich das nicht haben ich packe mir keine kontaktlinsen nur weil der da will ne ich hatte kontaktlinsen kommen halt auf dauer gar nicht damit klar und ähm ohne brille geht bei mir gar nicht weil ich mittlerweile merke dass ich blind bin da würde ich nicht klarkommen ja kontaktlins habe ich noch nie ausprobiert ich wollte es mal einfach damit ich auch mal für mich mitreden kann aber wir können auf den mps gehen wenn das hier mal ja gerne da können wir müssen wir ja nicht gewandelt da können wir mein ding auch einfach mal so nein gewandelt ich weiß nicht ob es da extra eintrittspreise gibt aber trotzdem gewandelt haben wir jetzt den dinge auch gemacht wir können auch von mittelalter märkte gehen habe ich gesagt aber nur wenn es kostenlos ist ja wo ist das ich auch kannst du auch essen ne das sieht mir aus wie er da irgendwo in der heide ist da als heidekraut ja aber da kann mich da nicht so orientieren oder was aber steampunk hat noch überhaupt noch nicht so einen ruf nein naja also steampunk da kommst du noch lange nicht so dran na aber so einen umhang da dann hätte ich aber auch noch gerne umhang finde ich schön da ist steampunk ja guck mal da steampunk ja guck mal es ist alles gemüster allein die kamera passt ja auch trotzdem noch irgendwo ja bei ihm passt es irgendwo dazu ja 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 da ist mir zu viel du nander da ja 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 ich guck mir ob es zu steif ganz ehrlich ja für Fotos machen das ja 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 es ist zu bunt ja das ist ja schon wie das das ist ja Future wie die Rollspielmesse die jetzt letztens in Oberhausen war da war eine Rollspielconvention ok da hätte ich ja auch Interesse gehabt ich weiß jetzt nicht ob die Vorwoche Ende war das sieht geil aus das sieht ja schon erotisch aus die hat ja ein nacktes Bein ja aber das vom Kopf her ist schon geil gemacht ich habe auch das Gefühl das Kleid ist festgeklebt bei der anderen auch wenn du das oben an der Brust siehst aus Holland sind die beiden ja sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste würde ich behaupten ja ich würde sagen Mutter und Tochter Krag Krag oder ne Elbe Elbe Elbisse Pelvis oder ja ja vom Kragen her von der Frisur da winke winke und die hier vorne sieht wie wie eine Tinderella ja ich wollte sagen wie eine Disney Prinzessin nur dann ist es mir eingefallen da hast du auch also da fasziniert mich überhaupt ich sage mal ich sage mal wenn es so die Themen Orcs, Mittealter, Hexen und sowas Piraten okay alles klar passt noch da rein ja aber auch die Orcs und die Feen und die Dämonen aber dieses futuristische nicht mehr würdest du nur auch machen ja du lachst die da aus ich lach die nicht aus ich finde das cool lachst die an ja blitz blitz Urlaub auf ewig oder was würde ich nehmen in ewig sondern Pipi Langstrumpfhaus Langstrumpfhaus das passt auch noch ja so ein Pipi Langstrumpfhaus irgendwo in Schweden oder so oh mein Gott da steht da so festgebacken ganz ruhig mein aller wertester Hase du hast halt was zu trinken trink einfach mal das versetzt sich sofort oh Mann du stirbst uns gleich weg das ist Renaissance das passt auch noch ja wir kriegen dich nicht über den Winter wenn du so krank bist du wolltest aber schon grenzwerte ja das könnte schon wieder mehr mit Richtung Steampunk mit seiner Renaissance das auch Steampunk ja passt überhaupt nicht da kennt man ja noch einen Hut ja diesen Fliegenpilz ja ein scheiß Fliegenpilz sogar wer bist du denn das sind Waldelfen Waldnünfen Gefattergrün das passt wieder weiß ich nicht ja ich kann mich da absolut nicht reindenken also das ist mir zu viel bunt Steampunk und Science Fix du musst da einfach raus dann passt das du das ist das ist genauso wie ähm hier mit ähm was hat es da was Anakin ja und diese komischen Motorrädern die so in der Luft schweben ja da ist du doch auch auf so einem Planeten da da ist mir da ist mir die ganzen Charaktere die unterschiedlichen Monster und Aliens und wie da heißen boah komm ich nicht mit klar mit so einem Mist Dämonenlord die müssen doch äh bei so einem Wetter die müssen doch da drunter schwitzen Laune haben ja guck mal das müsste jetzt so wie die Jahreszeit jetzt so wie wir jetzt auch haben ich hätte auch ne Bäume so Zauberer von Oss rolle ja ne so anmalen da hätte ich auch keinen Bock drauf ne also das die sind gut gemacht die brauchen die die brauchen die die brauchen die nicht anmalen die haben ja nur so ein so ein ja aber du siehst ja du siehst da kein Gesicht mehr ja das stimmt Leitkran Nylon auch wenn er reinguckt siehst du dich Tatsan ist wieder da ne bam bam das ist Fred Feuerstein aber guck doch mal mit dem Brü ja passt gar nicht wir haben ja nur noch ein Kreuzritter ne Tempel ist ein Templer nicht ein Kreuzritter nein Kreuzritter sind allgemein ja passt doch und da ist ein Templer was hä warte du kannst ja mal eine Glocken spielen hat er jetzt ja sowas gesagt Internet ist glaube ich da war aber keiner aber Glocken spielen und dann war das weg kannst du mal eine Glocken spielen hat er gesagt das hast du nicht so angehört ne ja ist da keiner kalt oder wenn nicht dann macht das Speck drunter dann kann ich das den Kätzchen die knuspern dann den Speck nur ein bisschen nicht alles ab und da sind die Husten angehalten unser Löffel reicht gut was hast du mit den Husten ab und an sind die so abgehalten die Hustenanfälle da ne ja also ich hab da volles Mitleid mit dir das ist schäbig kannst du hier nochmal was einfühlen oh meine Entlastungspapiere haben wir ja wieder extrem lange gedauert ne ja ist ja meistens so ne da wartet man immer im längsten ja die Assistenzärztin hat das geschrieben und es hat zu lange gedauert weil die Chemärztin noch einmal drüber gucken möchte ach Gott mhm hat's nochmal überflogen ja da gibt's gerade Probleme beim Film glaube ich die Pfanne auf Pferde schnell oder willst du es später geben ja tu doch mal da da kannst du da auch noch deine Tonpuppe dran machen und dann kam ich ja auf die normale Station ja im Zähne ja da gibt mir das Zimmer so und dann fragte was hat sie gefragt ob alles in Ordnung ist ja mit körperlich ist alles in Ordnung dann steht sie nur so süßig auch das dachte ich ja auch ja weil das gerade so weiß nur körperlich gesagt ach so wenn man auf einmal Panisch passt das einsetzt überfüllen oh ja Mann ich kriege ein schlechtes Gewissen wenn ich an eine Zigarette denke ich denke an Zigarette und er ist am Kräuchern ach so jetzt machst du da weg jetzt schon was sagst du ach die ganzen fliegen der ach so ja ja pass auf die Tür ist auf na ja ich kann gleich dass irgendwas scharfes einfach mal fehlt was fehlt aber scharfes ja wir haben noch die Vanillenlikör hier ja ein bisschen ja ja doch ein bisschen oder ich muss die kleine ja gefügig machen weißt du ach so ja die war ja sonst äh äh sonst so ein bisschen spröde total schüchtern aber ist aber schön wenn man alleine säuft Drecksäufsack dann hol dir doch ein Glas raus du Sauf-Drecksack hör mal auf wie redest du eigentlich mit mir ich möchte jetzt gern einen leicht verdünnten Arslandzüt haben nein gibt's nicht doch wir haben keine Spule hier doch wir haben kurz wieder was und nehmen wir wieder weg ok muss ich ja erstmal Spüler machen es hat hier einen durcheinander wenn der dicke Mann ja auch noch hier drin steht also ja dann wollen wir die Tür nicht ziehen wenn der Dekamann bist geh doch mal mein Gott ich halte den Arsch nicht fest weil du mir da rein froten sollst ich bin sauer vor das Knoten hast du was von Räumen ja packen Kondome bist du besoffen oder was fritzen du oder Zeug Kekse warum haben wir ach so ja machst du mir bitte einen Arsland ja ich habe mir total habe überlegt warum haben wir da noch was mindestens eine Flasche oder willst du was anderes haben wir noch Butter Butter das andere machen wir das neue alle ja ja so Kekse was machst du jetzt da da unten da ist Wasser drin richtig habe ich aber auch vorhin frisch angemacht warum machst du dich eigentlich so breit mach mich doch gar nicht breit bist du nicht gewöhnt dass der drei Mann in der Küche steht eine Woche nicht zu Hause du gewöhnst dich schon das ab eine Woche ein fremdes essen und du hast 20 Kilo zugenommen dass ich hier nicht mehr durch die Küche passt Mann sag mal also wer das Krankenhaus essen zunimmt ja das wäre ein Wunderlauer also da würde ich jetzt echt drüber nachdenken glaub's ja nicht du bist doch und abends hast du einen Appetit zu Hause kann ich Freisalat essen eine Gummigörtüte von Nassen als das nix mehr aber da irgendwie du hast die Gummigörtüte auch und die hat drei Tage gehalten ich habe wieder wieder zu Hause mitgekrocht so gehst du also noch fremd was du solltest mich fein mal naschen da ne oder jetzt zieh diesen Latexanzug an so puh sag mal bitte ich heute bisschen bei Goldbär so da fällt mir gar nix mal ein mehr Goldbär der hat ja heute schon den ganzen Tag gedacht ich hab nur keine strömung wo das gar nicht stimmt na au sag mal ich hab mit weißem misch weh getan ich dich genau du mich nein umgekehrt umgekehrt schwul der würd legt wieder ab warum weil er hier hinten drauf gekommen ist richtig so und du sollst da gerade stehen jetzt steht er gerade jetzt steht er gerade da muss ich aber leicht beugen damit er abwaschen kann da muss mir das röckchen hochnehmen so und dann sind zwei so Haken beide gleichzeitig bitte na ich kriege aber auch keinen Luft mehr ist dir schon bewusst was ja wenn du daran an die Dinger ziehst also enger lass das ich hasse das bist du denn des Wahnsinns boah ja ist gut jetzt stehst du ja jetzt toll jetzt ist die ganz jetzt sind die ganz angestrammt jetzt stehst du mal so vernünftig ich stehe hier vernünftig aber das hilft wirklich das hilft super schön ist der etwas höher weil hier unten so viel ja man kann den auch noch ein bisschen höher machen man kann auch tiefer setzen weil es ist ja du hast ja den letzten wirbel der ist ja wo der steiß anfängt das steißbeinkönne würde dann nicht etwas viel ja aber hier oben stört das nicht oder? nein stört mich nicht nur dass es jetzt ein bisschen eng geworden ist ich bin jetzt hier in England hallo da muss man wirklich alle beide mit sonst hast du da ja Luft ja das ist sowieso das ist jedes mal anders weil es kommt ja auch auf den oder doch mal bitte zu bis zum Ende nicht den Gurt hier in der Mitte einmal drum macht das erste mal so und dann die Dinger die sind ja nur zum zum stramm machen also da stehst du noch mehr gerade so was wolltest du jetzt sagen aber ich sehe das ja auch hier ist im Mitte ja also das ist so leicht versetzt gerade ja das ist halt leicht versetzt mein Gott jetzt fängt es an mit mir Doktorübungen zu machen Doktorspielchen ha ne ich meine ja ich sage mal wenn der Gott dir okay der Gott der Gott oder der Gurt was du denn ich sage nur gestern was hast du Gott segne dich ach so ja das war lustig ne die Dame da ja so hier wow ich sack jetzt nicht zusammen so jetzt habe ich den höher ne andersrum so jetzt habe ich den höher gehöht wo ist denn jetzt schon wieder das schnallibulli ach da drunter mach noch mal los jetzt kann ich jetzt kann ich noch eine halbe stunde länger spülen oder was ne stösken oder das ist nicht mittel das braucht doch gar nicht mein Gott das ist doch gar nicht so schlimm das hat die mir gar nicht so intensiv erklärt wie du das jetzt da versuchst mit mir und keine baster leitung stöße gönnen jetzt hat der schmuze der milde der gold ach der in der mitte oder der ganz so also der ist nicht ganz so der ist etwas kräftiger der ist kuscheliger kuschelig kuscheligen alkohol glaubst nicht ich hoffe dass der husten sagt was so ja pfeffi ne ja husten sagt ja jetzt ist gut was haben wir noch was haben wir ja ja fenzio nicht da bist doch gleich müde von schön hab ich dich im Bett aber den kannst du auch gegen husten nehmen ja ich kann dir auch salbei aus dem garten geben oder hier kannst du den auch nehmen hier da da kannst du auch so zwei drei für eine größere tasse ja da husten du darfst da nicht bei husten das ist ja ich bin ja ich weiß ja nicht ob wir da noch in narkosisch an husten fängt glaube ich aber nicht weil die ganze untersuchen dauerte nur zehn minuten welche untersuchen dauert nur zehn minuten mit dem schluck ja ok ok ja du das ist ja alles heute so automatisch die wissen doch alle wie das machen weil ich bin da im vorraum wieder aufgemacht so alles routine dann hat die eine schwester mich noch angetüpt weil ich irgendwie so ich hätte schon wach sein müssen und die hat mich noch einmal angestupst ob ich dann wieder bei mir bin und dann bin es eigentlich richtig also benebelt noch gewesen ja das ist so ist der tisch alles abgeräumt nein auch so das was sie da reinspritzen das sieht ekelhaft aus eine betäubung oder narkose ja ja das ist weiß ne ja genau dann ist immer noch die weiße flüssigkeit ich finde die eklig aber sei mal froh dass wir keinen Lachgas mehr haben oder Kabul oder wie das alle heißt das gibt das die Ärztin die Katalogin sagt auch sie gibt Infos weiter wegen Charakter oder wegen Angst Eigenschaften ja vor OP und sowas und äh und den krieg ich vor der OP ne leck mich am Arsch Tablette ja klar das Chris ja heute immer äh das ist ja das schöne auch komplett voll Narkose Chris das hat es damals auch nicht gegeben ich sage mal für einen Stand zu setzen bist du ja wach beim Stand war ich war ich nicht wach da war ich da war ich in Koma ja du warst da in Koma aber ich sage mal wenn wir einen Stand heutzutage setzen du bist ja nur etwas benebe so und ich bin ja bei der Herz OP komplett weggetreten ja also sediert sediert ja ja dann sei mal froh wenn du da nicht ganz bei bist dann ja weil ich aber auch gut finde ich auf eine Weise finde ich das interessant wenn sie einen Stand setzen jetzt habe ich doch hier Wasser angemacht ja jetzt jetzt einen Tee oder was ich finde das auf einer Weise interessant wenn sie so einen Stand setzen ja und du kannst das in der Kamera verfolgen wie deinem Herztoch oder sowas ja oder wie sie aus den Adern klingt ja das macht schon Spaß wenn wir das sehen also wenn man das vertragen kann und sich angucken kann dann macht das schon Spaß aber die Schwester die mir heute noch mal Blut abgenommen hat die Oberschwester da ja äh ich sagte zu ja ich gucke jetzt mal aus dem Fenster setzen sie ruhig die Nade ich kann da Blut kann ich zwar sehen aber ich kann nicht sehen wie bei mir die Nade gesetzt wird ach Gott ja so das wird du bist härter ne ich kann das nicht sehen ok wenn die Nade drin ist kann ich da hingucken ja aber sobald sie die Nade reingepickt wird muss ich weggucken ach das stört mich jetzt auch schon nicht mehr das ist so das Blut kann ich sehen und da hat die Schwester gesagt mir geht das genauso obwohl sie den Tag Blut abzieht auch wenn das einer bei ihr selber macht muss sie auch weggucken ja letztendlich machen sie ein Loch in dir rein 1 2 3 4 5 6 ich wollte schon sagen aber das zählt es wieder also diesmal wurde es ja gut versorgt mit löchern nach 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 äh diesmal nicht nach ostok nicht nach bulgarien nach bulgarien geschickt jahre jetzt wird er nach köln zur uni klin geschickt ach so ja da kennen sie dich aber da bist ihr schon bekannt die haben dann nur eine nummer ja dann soll mir auch egal sein was sagt haben oder nicht oder das ist doch egal da können sie sowieso nicht mit anfangen meint sie gucken sie sich jetzt hat ah das röhrchen ah guck mal den kennen wir doch das machen sie doch nicht nein sie scannen ja das ganze im computer ein wenn mein name auf ploppt mit der kranken achte ist das schon wieder schon wieder gelben urlaub dabei hast du gar keinen gelben urlaub wo ist die kleine denn schon oben wahnsinn was koche ich denn morgen was hast du für den geld ich muss jetzt äh ne scheiß rückschacht da ist ja warum gibts mir nicht an mhm ja fertig ach im kranken haus soll ich deswegen im kranken haus gehen damit du morgen ein omelette hast oder was sag mal du komiker am samstag gibt es dann nur zwei linsen und erbsen ich hätte bitte von was ist das denn jetzt wie fühlt sich das denn an hier samstags gibt immer so da wird von der ganzen woche zusammen gekarrt zusammengeschoben und da wird eine suppe draus gemacht ich kann ja samstags auch suppentag machen kostet mich nur lächeln morgen ist fisch tag ja ich hab für morgen warte aber omelette hab ich keinen bock ich hatte erst mit der klin hatte ich ja die rühreier da gemacht ich hatte neun eier die klin sieben die klin muss ja potenz haben nacht verlinke ich einstelle. Jetzt sind drei Leute beschäftigt mit deiner Husten. Mach ich das flach, musste ich husten. Mach ich das etwas höher, musste ich immer noch husten. Ich musste im Sitzen regelrecht schlafen, da ich nicht huste. Ja, du stehst jetzt, dann hustest du trotzdem. Du bist mir einer. Ja, aber du hast den Likör. Dann trink dich noch rein. Dann können wir nachts schlafen. Und ich werde nachher den Pinsel ohne probieren. Ja, siehst du, das meine ich. Ja, das ist Tee. Ja, Bürgermeister-Tee oder Berg-Tee. Da-Chai. 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 Ein bisschen abkropfen lassen. Ach ja, das war jetzt schon. So, bis jetzt soweit mit deinem Gehüste, mein armes Schätzchen. Muss ich dich jetzt noch ein Pfefferminzi geben? Ja, das na ja. Weil wir haben, glaube ich, noch eine Flaschen Schuppen. Was? Noch eine Flasche Pfeffi? Pinsel. Ja, du hast doch hier eine ganze Flasche. Ja, aber wir haben sogar noch eine Schuppen. Wolltest du intravenös einpflanzen oder was? Ja. Da hast du doch nicht alle. Boah, da bist du eine Pappnase. Du kannst doch nicht so viel davon. Eine ganze Flasche. Noch eine Flasche. Das wird ja noch niemals alle getrunken oder gebraucht hier. So, Kekse. Mein Tee. Gucken. So. Ja, ähm. Das ist ja wieder der deutsche Sprache, ne? Der deutsche Sprache, ne? Gucken, ob der Tee schmeckt. Ja, meinst du, ich kipp mir den in die Augen oder was? Ja, ne? Oder Scheiße, der Tank ist voll leer. Scheiße, ich muss pissen. Ja, das ist deutsche Sprache, ne? Das deutsche Sprachwunder ist das, ne? Ja. Ja, das Bier ist voll leer. Halb voll oder halb leer? Ja, da kommt der Psychopathe, äh, der Psychologe und sagt, oh, sie sind aber negativ eingestellt, ne? Ja, das ist das so, ne? Ja, ja, Leute, ich denke mal, wir sind durch. Das waren ja bestimmt schon fast zwei Stunden heute mal wieder. Ja, aber ihr wolltet ja zwischendurch ja mal sehen, ja, wie wir bei Licht, ja, weil letztes Mal war ja zu wenig Licht. Da wurde ja geschumpfen mit mir. Ja, ich wollte doch gefälligst, nee, wir wollen ja nicht so, ja, wir wollen ja auch noch in die Fernsehröhre gucken. Ähm, dann sind wir geblendet. Ja, und von meiner Schönheit geblendet zu sein, ist ja schon genug Helligkeit, ne? So, die Kekse habe ich, meinen Tee habe ich, ich habe euch, ja, ich muss das jetzt leider rausschmeißen, ne? Also, haltet die Ohren steif, den Rest auch. Ich wünsche euch was, ja, ja, kommt gut rein, also ins Bett, ne? Nicht immer falsch verstehen. Also, bei hier haben wir schon ganz schön dunkel, ne? Also schon, boah, ganz später, boah, ne? Wie bei Horibar, ne? Horibar-Werbung. Nee, nein, Quatsch. Also, auf jeden Fall, ich wünsche euch was Glück auf und haltet die Ohren steif, den Rest auch. Ja, und ganz wichtig, da müsst ihr mir versprechen, bleibt gesund. Ciao! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.